Hey Leute, hier ist der zweite Zusammenschnitt unserer Dead by Daylight Streaming Session vom letzten Mal. Heute werden wir wieder um 20 Uhr für euch live sein, also guckt gerne auf unserem Twitch-Kanal vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Oh Gott, ich habe heute Nacht von Haikyuu geträumt. Oh Gott. Ich habe geträumt. Das war eine Mischung aus den Charakteren von Haikyuu, mit denen ich unterwegs war, und einem Science-Fiction. Also irgendwie auf einem Raumschiff mit Aliens und den Charakteren aus Haikyuu. Das war super seltsam. Das ist eine Line. Ich finde nicht mein Generator gerade. Wo bin ich hier wohl? Der Mond am Himmel. Ist so schön. Oh Gott, ich höre sie. Einmal dafür. Okay, ich bin mit dem random hier im Generator. Ich sehe sie. Wo ist sie? Ich weiß nicht, ich habe irgendeine Schrein gehört. Ich habe sie ausgestreckt, bin um einen Baum rumgerannt. Sie hat mich nicht gesehen. Danke, dicker Ranebel. Ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre sie auch noch. Ich glaube, ich gehe gerade in die Arme. Holy shit. Wo ist sie denn? Sie ist noch beim Generator. Ach echt? Die bleibt hier einfach stehen vor mir. Die guckt mich die ganze Zeit an. So geil. Psycho. Die geht halt nicht weg von mir. Gar nicht? Ne? Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weggegangen. Hinter mir. Sie ist irgendwo hinter mir verschwunden. Hinter so einer Mauer. Jetzt sehe ich sie nicht. Fuck. Also ich stand die ganze Zeit vor mir. Ich habe mich nur angeguckt. Oh fuck. Nein, warum? 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 Kriege ich Panik? Liebe, beruhige dich. Wir müssen mir selber sprechen. Ich gehe mit Sven an der Seite. Da kennt sie. Ne, sie ist hier. Oh Gott, das war dumm von mir. Sie ist hier drin. Sie ist aus dem Fenster gegangen. Ich sehe sie. Da links. Von rechts. Von rechts kommt sie. Hinter uns ist sie jetzt. Sie ist weggegangen. Der Generator ist hier vorne. Rechts gleich. Hinter dieser roten Mauer. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich höre sie aber noch. Achtung. Ich auch. Die kämmt die Generatoren jetzt ab wahrscheinlich. Ich habe im Haus verkackt. Sie müsste da jetzt vielleicht reingehen. Ich gehe zu einem anderen Generator, der draußen ist. Die sind ja jetzt alle hier. Ist das hier bei euch gewesen? Ja, ja. Das wusste ich nicht. Das war der Random, ja. Ich höre sie. Sie kommt, ne? So. Ich höre sie von vorne. Irgendwo am Haus, muss man sein. Die ist im Haus. Sie kommt. Ja. Ich habe sie in den Türrahmen gewinnen. Öfter rum. Im Haus sucht sie. Im Haus macht sie jetzt den Schrank auch. Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Nee, sie kommt. Okay, alles gut. Wir haben sie jetzt kurz hierhin. Ein Generator. Ich weiß auch, wo noch einer ist. Im Haus ist der. Der ist fast fertig auch. Wie die das eigentlich auch, wenn die den fertig machen, den Generator? Ja. Hm. Deswegen renne ich da ja dann immer weg. Oder, oder? Oh, fuck. Wo ist sie? Da. Sie ist hinter dir her, Dennis. Nee, hinter mir. Der Dachs gebrochen. Ich bin ich. Ach so. Ah, dann wäre es gut. Ich renne jetzt ohne nach hinten zu gucken, wie man mir sagt. Wo ist der letzte Generator? Also, einer. Ich bin gerade an einem. Ich habe sie extra abgelenkt. Ich hoffe, sie blubbt hier weiter. Ich habe extra einen Skill-Shack verkackt, weil ich glaube, ich kann sie abgelenkt. Okay, ich komme auf dich. Cool, oder ist das der Random? Oh, warum? Du blöde Kuh. Ich hole dich vom Haken. Ja. Oh Gott, sie kommt, Dennis. Nein, sie hat es gesehen. Sie folgt mir, sie folgt mir. Generator ist fertig. Oh, okay, super. Ich renne zum Ausgang. Was? Gab das Instant-Heilung für mich, dass der Generator fertig ist? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist immer noch mir hinterher. Okay. Ich mach die Tür auf. Ich sag gleich, wo der Ausgang ist. Sie hat mich einmal erwischt. Nein, Dennis. Ich gänne die Tür. Vielleicht kommt sie hier hin. Okay? Ich öffne den Ausgang. Müssen wir irgendjemandem helfen noch? Wenn wir jetzt alle rausgehen, nicht? Alles morgens. Wieso wird mir nicht angezeigt, dass sie offen ist? Nein. Killer Dragon. Die Rönderm liegt. Soll ich hin? Soll ich zurück? Ihm helfen? Die Tür ist auf. Da haben wir es dann. Okay. Wir drei könnten entkommen. Ja, entkommen wir halt. Ich meine, rest in peace, Killer Dragon. Tschüss. Endlich mal die Ponke fürs Entkommen bekommen. Ja, das war ganz gut. Oder wenn du als letzter übrig bleibst, dann kannst du auch... Genau, dann geht diese Luke auf. Wie komischerweise Rieke immer findet, jetzt seit drei Matches, die ich noch nie einmal gesehen habe. In meinen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das mein Fehler. Du hast ja gerade schon wiedergefunden. Ich habe die einmal gesehen, selber. Und sonst war das immer ihr, die gesagt haben, oh guck mal die Luke hier. Es ist immer so still im Ladebildschirm. Wenn jetzt einer pupst, dann hört es jeder. Starbill. Oh, hast du es getriggert. Ich habe es echt getriggert. Oh Mann. Hör auf. Hör auf. Jetzt hat sich mein Instagram aufgehauen. Ihr habt es kaputt gepupst, ey. Instagram so, mit dem scheiß ich nichts zu tun habe. Na, die Kacke. Tu mir nicht an. Ich bin in der Mitte in der Kapelle. Ich bin wieder bei unserem ersten General. Sie ist auch in der Kapelle. Sie ist bei mir. Hä? Ist sie echt in der Kapelle? Das Herzschlangen ist so laut. Ist sie. Ich bin jetzt raus aus der Kapelle. Sie kam da genau rein. Als ich gerade angefangen habe, den Generator zu machen. Oh, ich sehe dich, Dennis. Ich bin hier bei einem kranken Pferd. Ich muss mal geheilt werden. Bei einem kranken Pferd? Ja, hier ist so ein Pferd, so ein Zombie-Pferd. Oh, so. Ich glaube, die haben mich verhört. Oh, perfekt. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ich habe mich so schraubendricksalde weg, dass ich den Generator verkörte. Oh, nein. Ich höre schon. Nein. Sie ist bei mir. Okay. Mama Mia. Hier I run again. Mein, mein. Wieso renne ich in ein Gebäude? Weiß den Ausgang nicht. Sie hat mich verloren. Juhu. Wird mich niemals finden. Oh, Gott. Oh, Sven. Ich glaube, sie ist hier in der Nähe, oder? Oder ist das Pferike? Ich kann es nicht identifizieren. Ich würde dich gerne heilen, Sven. Aber ich weiß nicht, wo du... Ich habe ihn gehalten. Ich habe ihn gehalten. Okay, okay. Yes, I've been brokenhearted. Dann mache ich meinen Generator hier weiter. Wo ist sie? Sie ist genau da bei dir, Sven. Ich weiß. Mein Generator ist Hälfte. Ah, ich entkomme hier. Ja, sie hat mich verloren. Oh, mein Gott. Sie kommt auf mich zu. Nein, bleib. Oh, Gott. Ich habe sie noch nicht verloren. Sie rennt ihr hinterher. Ja, das ist richtig. Wieso bin ich auch hier? Ich bin hier entkommen. Ich bin der Lachenabisch. Ich bin der Lachenabisch. Fuck, bin ich nicht. Ah, shit. Oh, Sven. Ich mache den Generator und dann helfe ich dir. Sven, ich bin bei dir in der Nähe. Ich sehe dich. Ich sehe euch alle. Wohl, Sven, nicht die sofort runter. Wahrscheinlich kämmt die da. Bis Sven uns sagt, die Luft ist rein. Ja. So, Generator fertig. Nein, doch nicht. Weil ich dumm bin schon wieder. Wie oft habe ich das heute schon gesagt. Ich kann nicht. Marin, zu Ende. Ich bin einfach ein tollen Patsch. Ja, habe ich. Habe ich. Nice. Okay. Ich glaube, sie kommt, Rilke. Ja, ja, du holst sie runter. Ja, sie ist gerade an mir vorbei. Ja, dann hol du sie runter. Okay, direkt rein, dann kannst du kommen. Oh, hallo, Danny. Komm mit dir. Sie hat mich gevertraut. Sie sind das beide selber. Ja. Ich werde mich ein zweites Mal. Okay. Einmal können wir dich noch holen, genau. Ich bin jetzt mal so Rambu-haft, Sven, und hol dich direkt runter. Oh, was ist sie bei mir? Nein, ja. Ich versuche sie aber auch auf mich zu locken dann. Warte. Ich versuche sie zu Bodyblocken. Ich habe mich aber zu euch bekommen, glaube ich. Nee, hat nicht geklappt. Okay, ich bin tot. Nee, 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 warte. Ich stehe unter dem Haken. Ich lasse ihn nicht den Haken benutzen. Hä, hä, hä. Ja, machst du jetzt. Du kannst den Haken nicht benutzen. Okay, jetzt bin ich weg. Okay, jetzt bin ich tot. Oh, nein. Ich werde halt... Ich werde halt immer als erstes getrübelt. Oh, mein Gott, sie hat sich irgendwo hingeportet, oder? Ja, bei mir. Weiß ich. Ich renne in die Kapelle. Ihr macht die Generatoren. Ich bin auch in der Kapelle, der macht den Generator hier. Oh, nein. Tut mir leid, ich habe sie ja gelockt. Ich springe wieder aus der Kapelle. Oh, nein. Ich bin sie genau zu dir gelockt. Ich muss sie. Ich bin nicht runter. Ich bin nicht weg. Ich dachte, ich kann... Ich dachte, ich wäre sneaky. Ich dachte, ich wäre cool. Heilt euch sonst gegenseitig in der Zeit, bis sie einen Haken sucht, wenn ihr euch findet. Ja, ich bin an der Kapelle jetzt hier am Eingang. Oh, es ist mir so leid, dass ich sie zu dir gelockt habe. Sie findet keinen Haken. Ich zappel mal. Hm, ich sehe sie nämlich. Oh, sie hat nur einen Perk. Kannst du entkommen? Ja, fast. Wenn sie jetzt keinen durch ein Wunder findet. Jetzt bin ich runter, ja. Nice, love. Wieso kann ich wieder nicht spectaken? Ich hoffe, ich lock sie wieder nicht in eine Richtung von einem von euch. Ich bin jetzt bei dem Jahrmarkt-Zirkus-Zelf. Die ist hinterhergelaufen, ich habe sie gesehen. Aber ich glaube, ich habe sie jetzt nie gelockt, weil ich verpackt habe. Ich bin noch in der Kapelle, macht den Generator. Ich renne einfach, solange ich... Kann. Ist sie direkt hinter mir? Ach, ich bin so blöd. Danke. An welchen Richtung laufen wir? Mir nach, mir nach, mir nach. Okay. Oh, sorry. Oh! Oh mein Gott! Weiter, 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 weiter. Sie kommt um die Ecke. Zu uns? Sie läuft euch näher, ja. Ich bin zum ersten Mal am Haken jetzt, also. Ja, die steht vor mir. Jetzt geht sie Richtung Kapelle. Sie ist an der Kapelle jetzt. Ja, sie kommt zu dir, genau. Ja, sie ist komplett weg. Gehen wir mal hinter uns hier. Dann heilen wir uns hier gegenseitig. Okay, jetzt aufhören zu rennen. Dann hört hier nämlich die Spur auf und hier heilen wir uns dann hinter. Oh nein, sie kommt. Sie ist hier, sie ist hier. Ja, sie ist hier. Ach komm. Ich glaube, sie hat Randi gesehen, ja. Oh, Randi. Sie ist hinter dir. Ich kann den Generator machen. Have a nice try. Das muss ich nochmal drücken, damit ich hier... Ah ja. Nein! Oh, ich hab mich oft versagt. Renn! Run. Ja, wirklich. Oh nein! Du bist der Meister am Ausweichen. Ich glaub an dich. Na, du willst dich teleportieren? Missstück. Run. Ich brauch nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Pass auf, die wirft gleich ihre Axt oder so. Geh, lieber. Das war lustig. Tschüss, Stream. Tschüss. Tschüss. A streamu.